Hallihallo und willkommen zu einem ganz kleinen oder eher gesagt sogar vielleicht etwas längerem Infovideo von mir mal wieder, dem Korga. Ich habe mich ewig nicht gemeldet, lag unter anderem auch daran, dass ich einfach keine Zeit hatte. Ja, wie sage ich das am besten? Jetzt habe ich mehr als genug Zeit, weil ich momentan nämlich leider joblos bin, weil es ist halt so. Und ja, das heißt für euch, mehr Videos, sehr viel mehr Videos, ab Montag, das heißt, das ist der... Welcher ist es denn? Ähm, der 8. Montag, der 8. April. Ab da geht es dann wieder richtig aktiv los mit Videos, jeden Tag, mindestens eins, vielleicht sogar zwei. Äh, ihr wundert euch sicherlich auch, was das hier für ein Bild zu bedeuten hat. Das wird in etwas näherer Zukunft, ich weiß noch nicht genau wann, aber auf jeden Fall irgendwann im nächsten, mit, äh, einem neu gewonnenen Freund, äh, ja, stattfinden als Together, nämlich mit dem guten alten Spandam. Ähm, wer Interesse hat, ich werde den unten in die Kanalbeschreibung klatschen, damit man sich vielleicht schon mal irgendwas in Sachen seiner Let's Plays angucken kann. Ähm, macht zum Beispiel gerade Donkey Kong Country und... Jetzt müsste ich lügen, Naruto-Jibouten, Ninja Storm oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan von diesen Naruto-Spielen, aber ich glaube irgendwie so hießen die. Ähm, ja, ansonsten wird außer Resident Evil 5 Giana Sisters endlich fertig gemacht. Isaac wird ein bisschen noch fortgeführt, wobei da nicht mehr allzu viel kommen wird, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Advance Wars wird noch etwas länger dauern, wenn ich mich nicht komplett vertue. Und nach Giana Sisters wird wieder ein Steam-Spiel, was ich auf Steam sitze, ähm, kommen. Von mir alleine, was ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe. Wo ich bis jetzt immer noch mich sehr vorgesträubt habe und ich auch noch nicht ganz weiß, ob ich das wirklich durchspielen werde. Oder ob ich vielleicht einfach nur mal einen Let's Test oder sowas dazu machen werde. Aber es wird auf jeden Fall irgendwas in Sachen Videos zu Dark Souls geben. So hieß es, glaube ich. Wenn ich mich nicht komplett vertue, ich hoffe, ich vertue mich nicht. Dark Souls hieß es, glaube ich. Ähm, ist ein sauschwieriges, saukrankes, sauatmosphärisches Spiel. Mit ziemlich großen Gegnern, ziemlich viel Taktik und das ist so absolut gar nicht meins. Aber naja, ich werde mein Bestes geben und versuchen, nicht ganz so hart zu failen. Ich werde jetzt bis Montag, äh, die Zeit nutzen und aktiv aufnehmen, damit ich auch meine Versprechen dies nachhalten kann. Ähm, wie man vielleicht auch hört, ich bin noch momentan ein bisschen leicht erkältet. Aber ich hoffe mal, das macht keinen irgendetwas. Ähm, war noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Wenn noch irgendwas gewesen sein sollte, werde ich einfach nochmal ein kurzes Update in meinem nächsten Let's Play Video mit reinpacken. Ähm, beziehungsweise, ja. Wenn ihr noch irgendeine Idee habt, was ich nach Advance Wars spielen soll, haut es mir unten mal in die Kommentare. Ich werde mir das alles ansehen und mal schauen, was da so bei rauskommt. Äh, persönlich freue ich mich sehr auf Resident Evil 5. Ich habe es bis jetzt noch nie selbst gespielt. Ich habe es mir jetzt erst vor ein paar Tagen selbst auf Steam gekauft. Und, ähm, ja. Ja, ich werde demnächst auch bei Spendom noch ein bisschen mit bei Dungeon Defenders mit dabei sein. Ähm, wenn das noch steht, zumindest von ihm das Angebot, aber ich denke mal. Und, ähm, das war erstmal so das Wichtigste von mir. Und, ja. Wenn ich wieder was zu arbeiten finden sollte, wovon ich ausgehe, ähm, wird es nicht so enden wie jetzt. Das habe ich mir fest vorgenommen. Also, es werden konstant weiter Videos kommen. Ich werde mich da mehr reinhängen. Und, ähm, weil ich habe es momentan auch wieder richtig Lust aufzunehmen. Es werden natürlich auch weiterhin LOL-Videos kommen. Und wieder mal, ich bin ziemlich angepisst momentan von LOL, von der Community. Weil es einfach die beschissenste Community in Deutschland, beziehungsweise in Europa, beziehungsweise überhaupt in irgendwelchen Spielen ist. Und, naja. Egal. Ich trage da selbst meistens sogar ein bisschen mit bei. Von daher sollte ich mir erstmal in die eigene Nase fassen. Aber, wie auch immer. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, ihr, ähm, schreibt doch mal irgendwas in die Kommentare in Sachen Spiele, die vielleicht in Frage kommen, die ihr gerne mal sehen wollen würdet von mir. In Sachen, ähm, ja, ich sag mal Retro. Weil, na, Advanced Wars kommt auch wieder irgendwas in nicht ganz so aktueller Grafik. Äh, weil dafür habe ich ja dann Resident Evil und eben Dark Souls in welcher Form auch immer. Und ich habe noch einige neue Spiele, die ich noch in ein neues Format packen werde. Und, naja. Das war es erstmal von mir. Bis dahin und tschö tschö.